Meine Damen und Herren, hier neben mir steht eine hübsche Junge, zwölfjährige Dame. Sie kommt aus Flaville, tibetischer Abstammung. Und sie wird uns nichts Tibetisches zeigen, sie wird uns einen Bollywood-Tanz zeigen. Bollywood, wenn ich mich ins Fernsehen durchgesehne, habe ich immer so Hollywood und Bollywood. Ich habe sie gefragt, wieso das sie das macht und sie sagt, sie finde es schön. Finden wir es auch schön. Einen herzlichen Applaus für Pamela Lumta. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.